Das hier ist das Schild für eine Kreuzung. Was ihr dringend braucht, ist Flugunterricht. Hä? Maya zuerst. Hä? Ganz schön dunkel hier. Da ist es heller. Und jetzt? Egal. Einfach mittendurch. Hey, hier kann man Slalom fliegen. Und hier sich drehen. Fertig. Oh, super, Maya. Woher kannst du das so gut? Glück. Sehr gut, Maya. Bestanden. Hier ist ein Flugschein. Äh, danke schön. Der Nächste. Na, dann los, Willi. Kreuzung. Ja, toll. Aufpassen, Willi. Da längst. Ui, upsie. So. Nee, super. Hoch, ins Wäppchen verflogen. Ja, ich mach's einfach wie die Maya. So. Slalom. Hm. Und, und hoch. Und, äh, fertig. Äh, na nun. Hm. Du musst immer auf die Schilder achten, Willi. Knapp, aber bestanden. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Der Nächste. Das heißt, Sie sind dran. Hä? 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 Verzeihung. Hm? Hm? Dann los, der Pfeil zeigt nach oben, hinterher. Hier darf ich nicht, hier darf ich auch nicht, das macht alles keinen Sinn. Nein, 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 falsch, falsch, falsch. Nun fliegen Sie schon weiter, sonst staut sich hier alles. Hm. Raubt Kassandra, das war keine reife Bienenleistung. Der Flugschein bleibt vorerst bei mir. Und? Was heißt das? Bis Sie die Prüfung bestanden haben, dürfen Sie im Bienenstock nicht fliegen, sondern nur laufen. Was? Laufen? Oh. Oh. Dann schaffe ich meine Arbeit nicht. Ihr müsst mir helfen. Maya, Willi, fliegt für mich durch den Stock und sagt mir, wo ich gebraucht werde. Machen wir. Ja. Oh. Oh. Hier darf man nicht durch? Warum denn eigentlich, hm? Oh. 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 Das war's.